Das machen wir als erstes, Freunde. Äh, ja, Mann. Achso, und, Freunde, guck mal. Ihr müsst euch vorstellen, ich meinte so zu Lena, wir waren so bei ihr im Büro, und ich meinte so, ey, Lena, bevor ich losfahre, hast du noch mal schnell irgendwie ein Mauspad oder so, weil ich hab keins. Da wurde mir erst mal dieses hier gegeben. Das Kumapad 9000, Alter. Ja, moin. Ja, Topo.